Musik 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 Hm, okay, hier vorne versperrt mir irgend so'n Eisgolem oder magisches Wesen oder was auch immer wie der ist, äh, den Weg Weil genau hier wollte ich eigentlich lang, ne? Keiner Plan, was das für ein Typ da ist, aber ich greife ihn einfach mal an, ne? Ja Ist noch nicht Wasser Elementar, und was kann der Wasser Elementar? Schwimmen wir noch nicht das hier, ne? Kann der Wasser schwimmen? Was kann der? Das hat der drauf Und unter Wasser kam in Echtzeit Ist ja geil, ne? Ich hab gleich keine Luft, ne? Na Bastard Ich hab bestimmt, ähm Bestimmt, ähm Bestimmt ein Fehler hier, das Programmierfeder 200 AP Ja, ist ja alles schön und gut, das Vieh ist down Aber was zum Geier war das? Und was sollte das? Und warum hat das nicht gekämpft? Das ist mir echt, äh, Suspekt Das ist mir echt, äh, Suspekt Oh, schon nochmal so ein Templer, ne? Was haben wir denn hier? Hallen der Wasser... Wassergefälle Uh, klingt groß nicht Na ja, aber ich würd sagen Gehen wir einfach mal rein Denn ich kenn's noch nicht Ich werd auch wieder mal kurz speichern Ich werd auch wieder mal kurz speichern Und weiter geht's Gucken was da auch wieder alles drin ist Schon wieder Magier oder so Der Magie zu ernten Voll episch Uuuuuh Sieht gruselig aus Oh ne, ich hätt's mir eigentlich denken können wegen dem Wasserfälle den da Oh, er kann Wasser werfen Und das Schlimme ist der Gewinn da noch mit dieser Strategie Also nix wird raus hier Hat mich gleich dauernd So ein verdammter Mist Wieso kann der, äh, mit Wasser schießen? Was soll der Mist? Da, wo hängt sein Wasserkollege Das laufen ja immer hinher Ah, ja Da ist er mit Da ist er mit Da ist eine gute Frage Rechte es um ihn down zu kriegen Ist recht nicht Ah, ja, ich hats mir schon gedacht ich habe es schon geahnt, aber naja, es gibt Schlimmes ich hatte es mir schon gedacht also werde ich einfach mal ein Stückchen weglaufen und ich habe absolut keine Haltringen mehr ja da ist er wieder ich habe glaube bei Amnesia bleiben können wir nicht von so einem Monster da weglaufen hey wer bist du? ich bin weg ach scheiße wo kriege ich Haltringe? ich habe schon alle Händler abgeklappert, es sind kaum noch Haltringe da ist echt übel ah genau da ist er wieder tja ich hätte eben mal einen Bogen anlegen, das ist noch nicht der mal ein bisschen mit dem Bogen beackern Lauf toll wie soll ich ähm die Welt äh von mir mit Menschen und immer das komische Wasserwesen da bis hin oh Mann, oh Mann wo ist er, wo ist er? ach da hinten Tondoran ja, das ist sehr anständig und er läuft wenigstens über die Brücke so gefällt mir das Flitzerbogen raus Pfeile herbei und Hosslohahn mal gucken was er zu meinem Feuerfeilchen sagt ah hätte ich das gleich gewusst die bekommen ihm nicht gut Wasserelemente ja muss man jetzt nicht kennen unbedingt ich brauch sie nicht Wasserelemente naja, nun gut jetzt weiß ich zwar immer noch nicht wie ich in die Berge komme aber naja ich lauf erstmal wieder das Stückchen hierher und natürlich geh ich nochmal in diesen äh wasserfaltige rein weil äh es interessiert mich jetzt schonmal was da noch drin ist da jetzt nur diese Wasserteile als dann ständig das werde ich jetzt gleich rausfinden und nächster Anlauf aber ich glaube ich spiele nachher lieber mal ein bisschen The Witcher weiter zur Abwechslung was zum Geier ist das hier und ja wie was ist das jetzt so ich hab gedacht hier wäre so eine richtige Festung oder sowas die Panne äh und was bin ich denn hier reingejumped voll das Opfer das ist doch ein Witz hier das jetzt habe ich extra gespeichert aber Nordschneize okay also das muss ich schonmal da drauf schließen dass es hier noch weiter geht jetzt habe ich auch nach wie vor das Problem dass ich eigentlich hier bin auf der Karte und ich gern hier oben hin will äh oder ist ja wasserfleck da ist ich hab irgendwie nie versucht in die Berge zu kommen doch scheiße ich werde jetzt einen Weg suchen wenn wir mich da hin kommen okay hier vorne sind ein paar Goblins geht auch dauernd muss man nix sonst fahren ja 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 ja